Ja, ich denke, wir können zufrieden sein mit dem Punkt, das war gerecht. Die haben ein paar gute Schaden gehabt, wir letztendlich aber was verdient und wir sind damit zufrieden. Ich denke, wir haben uns jetzt so gefunden und ich denke, es passt. Wir versuchen alles immer, um da stabil zu stehen und uns weiterzuentwickeln und jedes Training dafür zu arbeiten. Ich denke 99 Prozent, wegen ihm bin ich richtig durchgestattet und es macht mich stolz, ihm so den Rücken zu haben. Die Perspektive für mich, ich denke, es ist gut, noch ein weiteres Jahr hier zu bleiben und mich zu entwickeln und die nächsten Schritte zu machen. Ja, es ist schon lange her, dass wir von den Fans was mitbekommen und ja, umso schöner, dass die da was nochmal dranhängen und ja, wir schauen da jetzt des Öfteren hin. Man sieht die Fans, die wollen auch und ja, wir werden alles versuchen, noch weitere viele Punkte zu haben. der